Ist das, was in unserem Ausweis steht, wirklich unser Alter? Nicht unbedingt, denn unser chronologisches Alter hat oft nichts mit unserem biologischen Alter zu tun. Und ihr könnt jeden Tag was machen, damit ihr, obwohl ihr chronologisch jedes Jahr immer älter werdet, euch biologisch verjüngt. Wie und was, darüber sprechen wir heute. Ihr erfahrt, wie genau ihr euer biologisches Alter messen könnt, was die Horvath-Clock ist und wie sie funktioniert. Von der habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und was ihr tun könnt, um euer biologisches Alter zu senken. Welche Dinge die biologische Urfahr langsamt und welche sie beschleunigen. Ich spreche mit Professor Moshe Siv aus Kanada. Er ist einer der weltweit führenden Epigenetiker und hat den EPH-Test entwickelt, den man aus Deutschland bestellen kann und der euer biologisches Alter genau anzeigt. Das war ja für Laien ohne Arzt ganz lange nicht möglich, aber jetzt ist es möglich und Professor Siv erzählt euch außerdem, welche Faktoren nach seiner jahrelangen Longevity-Forschung uns am meisten verjüngen und welche uns ganz schnell altern lassen. Also ihr lernt wie immer viele neue Dinge, die ihr in euren Alltag einbauen könnt, um euch zu verjüngen. Denn wir sind ja hier in der Longevity-Community. Auf diesem Kanal sprechen wir über Alterungsprozesse im Körper und wie man sie verlangsamen und umkehren kann. Also los geht's. Wie misst man biologisches Alter? Mit der epigenetischen Uhr. Die Genetik ist unsere DNA. Sie ist in allen unseren Zellen identisch und auf unsere DNA, auf unsere Gene, haben wir keinen Einfluss. Wir erben sie. Das darüber liegende System ist die Epigenetik. Sie schaltet unsere Gene ein und aus, je nachdem wie wir leben, wie gesund oder wie ungesund unser Lebensstil ist. Und darauf haben wir sehr wohl Einfluss. Wie läuft dieses Ein- und Ausschalten unserer Gene ab? Durch einen Vorgang namens Methylierung. Methylgruppen sind kleine Moleküle, die unsere DNA steuern. Sie können sich auf bestimmte Gene setzen und sie ausschalten. Und das ist sehr gut, denn so werden Gene ausgeschaltet, die Entzündung und Krankheiten bewirken. Die Methylierung setzt ein Stoppschild bei bestimmten Genabschnitten und verhindert, dass schädliche Proteine produziert werden, die Entzündungen auslösen oder die unnötig sind. Je besser die Methylierung funktioniert, je effizienter unser Körper also die Genabschnitte ausschalten kann, die uns schaden, desto gesünder und biologisch jünger sind wir. Und je älter wir werden, desto schlechter funktioniert die Methylierung. So kann man selbst steuern, ob die Methylierungsmuster im eigenen Körper einen jung und gesund erhalten, indem man sich zum Beispiel viel bewegt und oft Brokkolisprossen isst, dann werden schädliche Genabschnitte öfter ausgeschaltet. Oder ob sie alt machen, indem man zum Beispiel raucht, übergewichtig ist und viel Stress hat. Dann läuft die Methylierung träge und schädliche Gene, die wir nicht aktiv haben wollen, werden nicht ausgeschaltet und Krankheiten entstehen. Stress führt zum Beispiel zur Verringerung bestimmter Methylgruppen und wenn sie verringert sind, können sie bestimmte Gene nicht mehr ausschalten, die Entzündungsreaktionen im Körper auslösen. So führt Stress zur Entzündung. Unsere Methylierungsmuster sind also ein Spiegel unseres Lebensstils und zeigen so genau unser biologisches Alter. Steve Horvath ist ein Bioinformatiker aus Los Angeles, er kommt aber ursprünglich aus Deutschland. Eigentlich heißt er Stefan und er ist der Erfinder der Horvath-Glock, der berühmtesten Uhr, um biologisches Alter oder besser gesagt epigenitisches Alter zu messen. Horvath ist auch ein Freund von David Sinclair und genau wie Sinclair forscht auch er daran, wie man Altern aufhalten kann. Steve Horvath hat sich die Daten von tausenden von Menschen angeguckt und genau ermittelt, wie die Methylierungsmuster für jedes chronologische Alter sind. Und die Horvath-Uhr kann jetzt genau messen, wie weit du mit dem aktuellen Zustand deiner Zellen und mit deinen Methylierungsmustern davon abweichst. Sie misst also, wie weit ich als chronologisch 37-Jährige von dem Durchschnitt aller 37-Jährigen abweiche. Inwieweit meine persönlichen Methylierungsmuster und ihr Zustand von dem für 37 typischen Methylierungsmustern abweichen. Und so kann die Horvath-Glock sehr präzise mein biologisches Alter bestimmen. Man kann mit der Horvath-Glock natürlich auch messen, ob bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel NMN, Metformin, Brokkolisprossen, Sulforaphan oder auch Fasten, biologische Verjüngung bewirken. Die berühmte Trim-Studie hat zum ersten Mal gezeigt, dass man Altern umkehren kann. Und sie sorgte in der Longevity-Forschungsszene für Furore. Auch hier wurde die Horvath-Glock benutzt, um das biologische Alter der Testpersonen zu messen. Dr. Greg Fahey und sein Team haben 2016 und 2017 untersucht, ob sich der Thymus älterer Männer wieder regenerieren lässt. Der Thymus sitzt hier und ist ein wichtiges Organ für unser Immunsystem. Er produziert sogenannte T-Zellen, die wichtigsten Zellen unseres Immunsystems, die uns vor Krankheiten schützen. Doch leider fängt der Thymus schon ab der Pubertät an zu verkümmern und arbeitet mit den Jahren immer schlechter. Bis er mit ca. 60 komplett aufhört zu arbeiten, da seine Zellen immer mehr von Fettzellen verdrängt werden. Das erklärt auch, warum man ab 60 immer anfälliger wird für Krankheiten. Dr. Fahey und sein Team haben nun untersucht, ob man den Thymus von 9 Männern zwischen 51 und 65 Jahren wieder regenerieren kann. Und haben ihn ein Jahr lang einen Cocktail gespritzt aus einem menschlichen Wachstumshormon mit Fomin, Dea, Zink und Vitamin D. Das Wachstumshormon war für die Verjüngung das vielversprechendste Mittel, weil es den Thymus aktiviert. Mit Fomin haben sie bekommen, weil das Wachstumshormon Diabetes verstärken kann und das entgegenwirkt. Dea ist eine Sexualhormonvorstufe und Zink und Vitamin D, um das Immunsystem noch mehr zu stärken. Und nach einem Jahr waren die Ergebnisse eine Sensation. Das Thymusgewebe hat tatsächlich an Fett verloren und sich regeneriert. Und das biologische Alter aller Testpersonen ging zurück. Und das auch immer schneller. Also in den ersten neun Monaten des Testjahres haben sich die Männer um 1,6 Jahre verjüngt und in den weiteren drei Monaten um 6,5 Jahre. Also durchschnittlich um 2,5 Jahre haben sich die Männer biologisch verjüngt. Unglaublich, oder? David Sinclair sagt, dass wenn man in der Studie auch noch zusätzlich den Probanden NMN gegeben hätte, man vielleicht sogar noch bessere Ergebnisse hätte erzielen können. Man müsste noch mehr Kombinationen testen, aber Steve Horvath und Greg Fahey hatten nicht so viel Budget. Und neun ist ja auch eine sehr kleine Stichprobe. Aber die Ergebnisse waren so viel Versprechen, so sensationell, dass gleich eine Folgestudie initiiert wurde. Trim X, die wird wieder ein Jahr laufen. Diesmal mit mehr Probanden, mit 85 Probanden, Männern und Frauen. Und natürlich werde ich hier darüber berichten. Im Oktober 2022 soll sie beendet sein. Also abonniert diesen Kanal, um das auf keinen Fall zu verpassen. Also, epigenetische Uhren werden in Studien zum Forschen von Alterungsprozessen, zum Umkehren von Alterungsprozessen immer wieder benutzt. Und sie zeigen, es gibt durchaus Dinge, die man tun kann, um sein biologisches Alter zurückzudrehen. Seitdem Steve Horvath seine Uhr präsentiert hat, ist einiges auf dem Markt der epigenetischen Uhren passiert. David Sinclair hat gerade erst auf Instagram gepostet, dass dieser Student, er heißt Patrick Griffin, einen ganz einfachen und kostengünstigen Weg gefunden hat, um biologisches Alter zu messen. Das soll die Kosten in Zukunft von mehreren hundert Dollar auf nur wenige Dollar reduzieren. Aber wie genau der Weg der biologischen Altersmessung hier ist, verrät David noch nicht. Also noch können wir diesen Test nicht bestellen. Aber in Deutschland hat die Firma EPH Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, eine epigenetische Uhr auf den Markt gebracht, die man von zu Hause für 200 Euro bestellen kann. Und das ist ein großer Fortschritt für alle Langlebigkeitsinteressierten, weil ja, es ist zwar teuer, aber es ist bezahlbar. Ihr braucht nur etwas Spucke, die schickt ihr ein und anhand eurer Spucke werden ganz genau eure Methylierungsmuster ermittelt und euer biologisches Alter. Ich mache euch unter das Video in die Infobox einen Link rein, wo ihr die EPH-Uhr bestellen könnt, falls ihr euer biologisches Alter herausfinden wollt. Der EPH-Test wurde von Professor Moshe Siv entwickelt, einem der weltbesten Epigenetiker. Und er erzählt euch jetzt selbst, wie genau sie misst und vor allem, dass er jahrelang Longevity-Forschung, welche Faktoren uns altern und welche uns am meisten verjüngen. Talking about the clock, how exactly does the EPH clock measure the biological age of a person? The fascinating thing about the clock is that it was discovered that DNA methylation correlates with biological age. And there are many positions in the genome, in our genome, that correlate with age. But there are some that correlate remarkably well. So the region that we are working with in our clock is the most correlating region in the genome with age. That means in that region, when children are born, the DNA methylation level is zero. When the human reaches, you know, the late 90s, it gets close to 100. And if you now plot thousands of humans looking at that region, you will see that it's almost linear overall, the population between birth and death. However, what's interesting is it's not perfectly linear. If it was perfectly linear, it would be meaningless, right? Because we don't need a sophisticated test to tell us how old we are, because we can open our passport and it tells us exactly our birth date. But you would assume that the general population will move as the general lifespan is, which is around 85, you know, 82, depends on the country, depends on male and females. But that there are going to be some people where the clock will move much slower. That is, they can live longer and those where it moves faster. And that's what we see. So we see a correlation with age that is, you know, around 0.8. And so it's not 100%. And we see people who are higher or lower than the line. Actually, if you draw a lifespan, you'll see the same thing. You'll see that, you know, the average population is moving at the rate of, you know, 80 years. But there are some people, as we know, they've had 110 or even 120. And there's some people who die on the day of their birth. And so we have essentially a huge diversity or variance in lifespan. It can go anything between 0 and 120. If I would make the test three times in a row, would I get different results? You know, like any test, there's always some error in the test. The error has nothing to do with your biological age. It has to do with either technical errors or some fluctuation in biological fluctuation that causes the error. However, it should be the same or it should be moving on the same pace, at the same pace, unless something happened with your life. And we saw both. So we saw people that we measured several times and the values were very, very consistent. But we saw some few people that we saw changes and sometimes even in rare instances, dramatic changes. And of course, these dramatic changes could be caused by a very extreme life experience, could be an unbelievable stress that happened or some changes that they did with their lives that can make them make the clock change. My feeling, talking to some people who did the test, is that the most dramatic thing is stress. Stress is probably the most important thing in aging. And what would be your three best tips to reduce stress? Because it's not as easy as meditation, because I do meditate, but I'm stressed through my job and all this stuff so much that it doesn't really help me. I'm not feeling it. Exactly. Sometimes you do all the right things, but you still cannot deal with the stress. And, you know, we have to understand that stress is a very chemical thing, right? Because when we're stressed, we release stress hormones. And stress hormones are very damaging. They're damaging to our brain. They're damaging to our bones. They're damaging to our muscles. The glucocorticoids that are released are very toxic agents. So if you inject them to yourself, you can cause a lot of damage. So you can imagine that constant stress is very important to eliminate. You know, I'm not a psychologist, and so I'm not a good person to teach you how to deal with stress, because I'm stressed as well. You know, all I know is the research that I've done is stress is that stress is extremely damaging. The most important thing is a feeling of control. So there is stress that is under control, and usually it's considered non-toxic and actually positive, whereas the stress that kills you is the stress where you feel that you lose control. When you have to do too many things and you can't balance them, and all of them are important because everybody's pushing you to this deadline and that deadline, and you feel lack of control, this is a toxic stress. There are interesting studies that show that people who are very high in the hierarchy, even though they're very stressed because they have many responsibilities, they are actually healthier than people who are in the low ranks. And the reason is it's a different form of stress, right? The person at the top, he controls his stress. He controls his thing, but he dumps his stress on his secretary, on the people underneath, and these people have no control. They come in the morning to the office. They have no idea what they're going to do. Whatever the crazy boss comes up with, they'll have to do. So it's unexpected stress. And unexpected stress is the most dangerous form of stress. So the most important thing for a person is to take control. You know, there are stressors you can't avoid. I mean, you have a job and you have to make a living, so you have to live with it. The question is, how can a person take control over it? So I don't know what stressors you have, but I think the issue of organizing your stressors in a way that you feel control is the most important one. And how do you cope with stress? I cope with stress by doing other things. I'm a religious person. I like to read the Bible. You know, I do things like that. Or I read history. I love history because these things are so far from what I'm doing in my daily life that this is the only way to remove stress. The other thing is, of course, working late at night is stressful. It kind of hyperactivates you. And many times, because I work with our lab is in Hong Kong, so they start to work when I go to sleep. I want to go to sleep. So I avoid, I tell my friends in Asia, I'm not going to call you during my sleeping time. Because it's not just sleeping time. You know, I have dinner and then I need to change. You know, I can write a manuscript. I can read. But if I will get involved now with, you know, management, which is stressful, I will not be able to sleep. Sleep is another extremely important element in controlling stress. So my challenge is always to control the last hours of the day to do things that I want to do and I don't have to do. And we can all invent those things that we love to do, but we don't have to do. And sometimes it involves, you know, ignoring deadlines and saying, this is it. You know, I have to do it. Same is, I always dedicate the early morning as well to myself and to doing things that I like to do that are not connected to my work. But sometimes it's unavoidable. So if I have to wake up early in the morning and there's some crisis in my lab in Asia and I have to deal with it, I'm crazy the whole day, you know, because I didn't get my space. Creating your space is the most important thing. And creating a space that is totally different from, you know, what stresses you. And also, from time to time is to learn, you know, what tasks are too stressful and say no to these tasks. These are really good tips. So avoid stress, manage stress, sleep. And what are three other factors which rejuvenate us the most? So there's no question that exercise is important, right? However, I'm not sure that crazy exercise is important. And that's why you don't see much benefits for athletes, like athletes don't live longer than other people do. And so our body also has limits and knowing the limits of the body is very important. And I think exercise has to be coordinated with the fun things you want to do. So, for example, you know, going for a walk is good exercise, but it's not as stressful as, you know, pumping up on a machine for many hours. Again, if you like it, then it becomes good, right? So there are different people have different interests in exercise. And as long as you feel that that form of exercise is what you like, it's okay. But if you just do it because you read in a book that exercise is good for you, and you do it against your will, you do it to control your will, you do it to, you know, to take, then it could be extremely stressful. So exercise is extremely beneficial as long as it's not stressful. Interesting, because the people in the blue zones also don't go to the gym usually, but they walk like two hours every day at least. So if I really hate exercise, it would be more beneficial for me just walk 20k steps every day. Right, and I'm not sure you need to do it that much. And I think, you know, there's a lot of things. For example, I sit in the office all day, because most of my work is thinking and working with a computer. What I do is I have a long office and I walk, you know, in the office, sitting, for example, is the most dangerous thing. It's probably more dangerous than smoking, because, you know, affects blood pressure and other things. And so I walk from time to time. And so there are many movements we can do, like even what I do with my hands. There is exercise. Being constantly active doesn't necessarily imply that you use an expensive machine and run on it. I never liked it. I know some people like it. I never liked running and I never liked, you know, working on machines. But I know people who love running, who love running, and it makes them happy. And then it's great, right? If it makes you happy, it's good. Because happiness is probably the best formula for longevity. And happiness has to do with management of stress, with control of your life, and with doing, trying to do the things you like. You know, we can't do it all day because we, as I said, we have to make a living. And sometimes, you know, we have to do things we hate. But if we can take breaks to reduce it, it's really important. And from your studies, what have you seen? Because Martin told me that, for example, a very stressful situation, like death of someone, can age you biologically, like, for years. Is it true? Yes. The death is not necessarily stressful. It depends how you deal with it. Even worse than death is caring for somebody. So there were early studies that showed that spouses who care for an Alzheimer's partner age dramatically. Because caring for a partner who has AD and is deteriorating is extremely, extremely stressful. Or people who spend years caring for a sick parent or a sick brother, or that could be extremely stressful. So death is a sudden thing, but the episodes that lead to death are long-term, what we call chronic stressors. We think that the dangerous stressors are chronic stressors. That is, it's not like, you know, one thing happened, but it's constantly happening. And within that, what's most stressful is the unexpected stressor. A combination of chronicity, which means repetitive stress, as well as unexpected stress, is the most dangerous. So there is a dose response between stress and health. And the more, you know, the higher the impact on health. If I understood it right, when I make a five-day water fast and make a test before and after, it won't show any difference, probably. I don't think so. You know, the more I look at it, the more I realize that the most important thing in this whole game is, you know, well-being that has a huge mental element. Stress is a hormone that can cause huge damage. And if you can avoid the release of that hormone in an unregulated way, this is probably the most protective thing you can do for your life. Of course, the other things are important as long as they are with this, you know. So if you exercise and you feel good, and a lot of people relieve stress by exercise, it's amazing because you achieve both. You reduce your calories, you, you know, you rearrange your metabolism, and at the same time, you get happy. And a lot of people derive a lot of happiness. There's adrenaline release. There is a lot of happiness by doing exercise. But if it's a nuisance for you, if it stresses you, if it makes you angry, you know, then the benefit. What I'm trying to stress is what you think is mental is chemical as well. And so understand that when mental things happen in your brain, you're secreting more chemicals than any chemical factor you can generate. It's very hard to understand because you don't see it. You know, stress is, you know, sprouts. You can see, you can eat, you can, you know, exercise is something you can eat. But stress is something you cannot see, and you think it's not real. It's extremely real. Okay, so the gist is you have to enjoy your life, you have to love your life, and you have to really enjoy the things you do, no matter what it is, to manage your stress, to be in control, and to be as healthy mentally and then also physically as possible. Right, the physical health, of course, is very important, you know. Of course, if you engage all your day in very dangerous foods, and, you know, you eat tons of McDonald's, never exercise, you sit on your chair all day, and you don't move. Of course, that's extremely dangerous. I'm not saying that the physical world is not important. I'm not saying that all the pathways that, for example, good nutrition works on is not important. Of course, they are important. But you always have to think about the other equation, and balance, and you have to control both, and you have to do things that help each other, right? So, don't reduce your stress by doing dangerous behaviors, but also, you know, don't do dangerous stress by doing useful behaviors, right? So, you have to do both. At what intervals would it make sense for me, then, to measure my biological age? So, let me say, I've started with a new rejuvenation method, like metformin, meditation, sulforaphane, eating everyday broccoli sprouts. So, and I have measured, like yesterday, the status quo of my biological age before starting the new method. After what time would a second measurement really show if the method is effective or not? So, when would I see results? We don't know how fast it will go, right? We don't know. But I would suggest, you know, because there is a certain error in the test, right? So, you want that at least, you know, the change will be bigger than the error, right? So, it has to be bigger than three years for you to see it, because within three years, we don't know. Although, we have seen people consistently changing less than three years, but potential error is there. So, probably every half a year would be, you know, I would start with this, but, you know, to let the body adjust and see if a dramatic change happened. The most important thing is not just the nutritional supplements, but also the reduction of stress. You know, whatever regimen you're taking, it should not stress you more. If the regimen stresses you, then probably it's not worthwhile. So, for example, if you're starting to do exercise two hours a day, and it stresses you because you have to wake up early, and then you are late to work, and you're stressed, then whatever you gain by the exercise, you're going to lose by the stress. So, it's very important to have, to work on that side, and that is much harder, because, you know, taking nutritional supplements is easy. Reducing stress is hard, and I think, you know, that has to come together, because if you just do nutritional supplements without looking at your behavior and your mental well-being, because my feeling is that stress is actually the most dangerous element in this whole balance. Also, jetzt wisst ihr ganz genau, wie ihr euer biologisches Alter messen könnt und welche Dinge ihr tun könnt, um die Methylierung in eurem Körper zu verbessern und euch biologisch zu verjüngen. Vor allem ist es wichtig, Stress zu vermeiden, wie Professor Suf uns allen heute erklärt hat. Darauf werde ich mich in den nächsten Videos etwas mehr fokussieren, weil ich persönlich bis jetzt auch noch nicht so stark darauf geachtet habe, Stress zu vermeiden. Ich esse zwar gesund und bewege mich viel, habe aber ein sehr temperamentvolles Gemüt und rege mich oft auf und reagiere sehr emotional auf Dinge. Ich muss ganz offensichtlich selbst daran arbeiten, gelassener zu werden. Das mache ich und dokumentiere es auch für euch, damit wir zusammen lernen können, welche Dinge man tun kann, um Stress zu vermeiden. Denn Stress ist, wie wir heute gelernt haben, der wichtigste Faktor, ihn zu vermeiden, ist wichtig, um lange jung und gesund zu bleiben. David Sinclair sagt, dass er selbst ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man sich biologisch verjüngen kann. Er ist chronologisch 52 und hat mal selbst in einem Interview gesagt, dass er mal biologisch 60 war und dann änderte er sein Leben und fing mit seinem Anti-Aging-Verjüngungsprogramm an. Was genau er macht, seht ihr in diesem Video. Und jetzt sagt die Horvath-Clock laut einer Aussage von Sinclair in einem Interview, dass er biologisch 31 ist. Er hat das Ergebnis jetzt nicht schwarz auf weiß veröffentlicht, aber er hat es in einem Interview erzählt. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob ihr euer biologisches Alter messen lassen wollt oder ob ihr es vielleicht sogar schon mal gemacht habt. Wie viele Jahre Unterschied liegen zwischen dem, was in eurem Ausweis steht und eurem biologischen Alter? Und welche Dinge tut ihr jeden Tag, um biologisch jünger zu sein? Bitte schreibt es mir rein. Ich freue mich für immer sehr auf den Austausch mit euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.